Also nein, das kann man auch positiver ausdrücken. Die EU ist ja auch Friedensnobelpreisträger und so. Fuck the EU. Bitte? Was? Fuck the EU. Ja, von Wagner, was soll denn das? Jetzt reiß ich mal zusammen. Was haben Sie denn da? Das Assoziierungsabkommen. EU und Ukraine. Haben Sie es gelesen? Überflogen. Und? Naja, war schwer zu lesen. Aus 10.000 Meter Höhe. Sie sind wie unsere Journalisten. Glauben Sie, was wird da schon drinstehen? Mehr Handel, mehr Demokratie? Ja, darüber haben die Medien ja auch berichtet, aber nicht über den militärischen Teil dieses Abkommens. Gucken Sie mal hier. Paragraph 3, mehr Zusammenarbeit bei Kriegseinsätzen, gemeinsame Rüstungsprojekte und und und. Aber das hätte ja auch vielleicht erklären können, warum Russland so aggressiv reagiert. Hör doch mal auf jetzt. Wenn Sie es noch von mir nicht glauben wollen, dann nehmen Sie eben die ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz. Also wir, die Medien, hätten zu einem frühen Zeitpunkt wissen müssen und es auch verkünden müssen, dass dieses Assoziierungsabkommen die Ukraine zerreißt. Verkünden müssen. Verstehen Sie? Verkünden müssen. Haben Sie aber nicht gemacht, weil das nicht ins Bild passt von der Friedensmacht EU, die vom bösen Ivan bedroht wird. Naja, jetzt behaupten Sie gleich noch, die deutsche Presse sei beim Thema Russland einseitig, oder? Da bin ich nicht der Einzige. Hier, die Redaktionen werden von Leserbrief-Protesten geradezu überschwemmt. Naja, das sind ja auch alles völlig unabhängige Journalisten. Die lassen sich ihre Meinung nicht von den Lesern vorschreiben. Von den Lesern nicht. Bitte? Kennen Sie folgende Organisationen? Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel oder Trilaterale Kommission, The German Marshall Fund of the United States, Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Atlantikbrücke oder das ESPEN-Institut. Das kenne ich. Was? Da kann man sich Skier leihen. Wir haben jetzt nicht Zeit, alle einzeln zu erklären. Ich würde das zusammenfassen. Darf ich zuspitzen? Ja, da warte ich schon lange drauf. Also, wir sagen mal so. All diese Organisationen haben auf sicherheitspolitische Fragen immer dieselben Antworten. Nicht? Mehr Rüstung.